So, was wird das jetzt hier für ein Beitrag, Morten? Wiese. Ja, und was ist mit Wiese? Hält im Moment sehr, sehr schlecht. Und glaubt Leon? Dass er die Nummer 1 ist in Deutschland. Echt? Na, dann würde ich sagen, dann zeig uns mal, wie er denn hält. Ich guck mir das mal an. So, nächster Schuss. Oh, den nächsten hält er aber. Den nächsten hält er. Stimmt. Jawohl, gut gehalten. Jetzt kommt der Nachschuss. Unglaublich. Sitzeln. Das können wir aber noch besser, Herr Wiese. Ja, das könnte. Na, dann gucken wir mal, ob Fanda da das besser kann. Oh, gerade eben noch drin. Na, dann gucken wir mal, ob Fanda da das besser kann. Okay. Komm, einen Schuss haben wir noch. Jetzt kommt noch ein Schuss von Wiese. Ja, dann gucken wir mal, ob Fanda da das besser kann. Ja, dann gucken wir mal, ob Fanda da das besser kann. Ja, dann gucken wir mal, ob Fanda da das besser kann. Ja, dann gucken wir mal, ob Fanda da das besser kann. Ja, dann gucken wir mal. Ja, dann gucken wir mal. Vielen Dank.